Musik Im pulsierenden Rhythmus von Tanz und Tonen entfalten sich It's Showtime und Dance2You mit den Landesfinals der 2YouStars sowie das Rendezvous der Besten wie ein kunstvolles Feuerwerk der Kreativität. Hier vereinen sich elegante Bewegungen und kraftvolle Sprünge zu einem inspirierenden Gesamterlebnis, das die Grenzen des Möglichen neu definiert. Es war genial. Wir hatten 44 Gruppen, 826 Aktive und in 12 Kategorien und 1200 Zuschauer. Einfach nur fantastisch und toll. Von Duos bis hin zu großen Gruppen, von den Minis zu den Adults, von Nachwuchstalenten bis hin zu den erfahrenen Tänzern und Turnern. Ob Showdance oder Fundance, die Vielfalt und das hohe Niveau der Darbietungen sind schlichtweg beeindruckend. Mit Spannung und Vorfreude stehen die Kleinsten des ersten VfL Fortuna Marzahn und des Berliner Schlittschuhclubs bereit für ihren großen Auftritt, während die Teenie-Schrullen des TUS Neukölln mit ihrer kreativen Energie und ihren einzigartigen Ideen das Publikum verblüffen. Also es war super, super aufregend und wir haben super viel einfach erlebt. Es war super, super schön. Das Rendezvous der Besten präsentiert eine Auswahl der meisterhaftesten Performances, die jeder Zuschauer voller emotionaler Tiefe und künstlerischem Ausdruck erlebt. So beweisen die Teilnehmer einmal mehr, warum sie zu den Besten der Besten gehören. Es ist einfach krass, weil wir sind einfach auch super stolz aufs ganze Team und dass wir so viele auf der Fläche sind und es einfach alle zusammen gerockt haben. Auch die vielfältigen Darbietungen der 2U-Stars zeugen von ihrem innovativen Talent und ihrer ungebändigten Kreativität, gekennzeichnet durch technische Raffinesse. Zugleich haben die Teams die Chance, sich durch herausragende Leistungen Finaltickets für das Bundesfinale am 7. September 2024 in Berlin zu sichern. Eine einmalige Gelegenheit, auf die sie hinarbeiten können. Natürlich noch mehr trainieren und dann schießt du mal durch. Wir sind auf jeden Fall sehr motiviert. Und ganz, ganz viel Training auf jeden Fall. Im Glanz der Bühnenlichter und dem Klang des Beifalls schreiben It's Showtime und Dance2U mit den Landesfinals der 2U-Stars sowie das Rendezvous der Besten eine unvergessliche Geschichte. Die Hingabe und Leidenschaft, die bei jedem Auftritt spürbar ist, lassen die Zukunft der Showkunst voller Versprechen und Möglichkeiten erscheinen.